Was ist dicker? Dein Oberarm oder die Luft in der Herrenumkleide im Gym? Ich glaube, die Luft im Gym ist mittlerweile dicker, ja. Wie wichtig ist dir als Bodybuilder-Ikone Cardio-Training? Cardio gehört dazu. Cardio macht dünn, aber es ist ein Teil des Spiels. Was ist der größte Fehler, den man im Fitnessstudio machen kann? Zu viel am Telefon hängen. Färbt die braune Sprühfarbe eigentlich ab? Unendlich. Kannst du mal deine Lieblingspose machen? Wirst du oft gefragt, ob du bei Umzügen helfen kannst? Ja, leider Gottes. Ich bin total unnützbar beim Umzug. Dein Blick, wenn dir eine Handelsscheibe auf den Fuß fällt.